So, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Blob Solid. Offensichtlich funktioniert mein Feuerknopf wieder an meinem Gamepad. Dann machen wir doch davon sofort Gebrauch. Ich habe eine Vermutung, die ich jetzt nicht näher äußern möchte. Im Endeffekt ging es darum, dass ihr habt auch vor einem Hintergrundgeräusch irgendein Bling gehört von irgendeinem tollen Programm. Im Endeffekt ging es darum, dass dieses Programm sich quasi in den Vordergrund gedrängt hat und damit seltsamerweise mein Betätigung des Feuerknopfes an dieses Programm propagiert wurde. Das war jetzt eigentlich selten dämlich propagiert wurde. Und ich im Gegenzug Eben, ja, nicht richtig im Gegenzug. Wurde, wurde, wurde eben die Steuerungseingabe von meinem Gamepad an das andere Programm propagiert. so Pflicht und ergreifend fahre ich aus. Ende Gelände Finde ich nicht toll, fand ich nicht toll, war so. Was mich jetzt dabei ein bisschen überrascht ist allerdings ähm, ich lege die Steuerung von meinem Gamepad eigentlich bloß auf Tastenkürzel ab. Um, über und so weiter. Das heißt, prinzipiell Ähm War das auch nur ein Tastendrück. Ich konnte aber feuern, wenn ich die eigentliche Taste, die Steuerung, gedrückt habe. Und, das ist das, was mich ein bisschen verwundert. Also, ne. Ne. Ich wollte gerade sagen, dass ich mir das eigentlich deswegen dann nur noch so erklären kann, dass ich ja dass quasi bloß die Steuerung meines Gamepads nicht weitergegeben wurde. Aber das ist ja auch gelogen. Das deswegen auch gelogen. Weil warum gleich kommst, gleich kommst, gleich kommst, gleich kommst. Er ist deswegen gelogen. Weil meine anderen Steuerungen von meinem Gamepad meine anderen Steuerungen vom Gamepad ja sowohl noch an, 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 an an das Spiel hier offensichtlich weitergereicht wurden. Also kann das damit eigentlich nicht wirklich zusammenhängen. So, wie auch immer, es ist ominös. Das heißt drum, ich akzeptiere das jetzt einfach mal so. Werd's mir für die Zukunft merken, dass ich nebenher offensichtlich es vermeiden sollte, zumindest bei diesem Spiel Videos zu schneiden. Also nicht zu schneiden, sondern neu zu rendern. Also, ja, neu zu rendern. Was auch immer ich mit neu zu rendern meine. Boah. Boah, ha. Da habe ich mich jetzt aber gerade erschrocken. Wähl. Eigentlich. Ui. Ui, mir geht's ja gesundheitlich gerade gar nicht gut. Ui, das hat er gerade ganz schön reingezogen. Und der hat auch noch ein Maschinengewehr-Typ. Das ist ja allerhand. Und der droppt auch nicht mehr. Och, nee. Och, nee. Bitte, bitte nicht. Ich brauche Gesundheit offensichtlich. Naja. Ich habe da ja jetzt ein Checkpoint. Und eine Gesundheit und eine Spreadgun. Mit der kann ich jetzt zur Not leben. Habe ich kein Thema mit. Kommt, kommt. Ja, bitte, bitte, bitte. Oh, schön. So, dann schauen wir doch mal auf die Karte. Da unten. Da ist doch hier dieses Kettenmassaker. Genau. Der Spaß. Aber ich kann hier ja weiterschwimmen. Das hätte ich eigentlich beim letzten Mal auch schon machen können. Naja. Das war ein bisschen dämlich. Aber nur ein ganz kleines bisschen. So viel. Tja, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Also, so viel. Ja, gut. Das war vielleicht dann doch ein bisschen mehr dämlich. Bam. Bam, bam, bam. So. Jetzt fällt mir aber ein, dass ich auf der Seite gerade gar nicht geguckt habe, ob ob der vielleicht was Gutes für mich hat fallen lassen. So. Kommen wir hier offensichtlich etwas problemloser durch. Ich könnte trotzdem noch Gesundheit vertragen. So. Mia, es gibt es da drüben, da drüben. So. Da gibt es noch ein Gegenstand, nach dem ich tauchen kann. Und zwar einen bronzenden Schlüssel. Wie viel von diesen bronzenden Schlüsseln habe ich jetzt eigentlich? Einen. Ah, warte mal. Das war doch die Geschichte mit den diversen... Ein hoch. Das war auch wieder dämlich. Ähm, nein. Nicht dämlich, sondern bescheuert. Unzureichend. Suboptimal. Das war grandios. Absolut. Ich finde, jeder sollte sowas mal machen dürfen. Nein, diesmal nicht. Jetzt kommt doch schon wieder so einer hin. Also, die Maschinengewehr, Leute, die mag ich nicht so. Aus verständlichen Gründen. Ich habe gerne das Maschinengewehr. Andere dürfen es nicht haben. Wieso hüpfe ich hier eigentlich rum? Ach ja. Ach ja. Es ist halt schon spät. Ja, ja, wer keine Ausrede hat. Ich hole die einfach da aus. Dann muss ich hier nicht noch mal hin. So, komm mit. Ape wurde gerettet. Und hier geht's weiter. Da gibt's einen Lift. Den nehme ich doch mal. Wie sieht's auf der Karte aus? So sieht's auf der Karte aus. Den Gegner gibt's ja gar nicht mehr. Ähm. Ja. Das hat sich gelohnt. Das hat sich sehr gelohnt. So. Wir haben Maggie gerettet. Wie viel muss ich eigentlich noch retten? Noch drei. So. Gut. Gehen wir in die andere Richtung. Da können wir nämlich oben lang. Und die Brücke aktivieren. Und da sind wir ja das letzte Mal dran gescheitert. dass wir eben die zweite Brücke hier nicht aktivieren konnten. Obwohl, doch. Die konnten wir aktivieren und sind dann dahin. Aber wir hatten noch nicht alle Aufgaben erledigt und durften deswegen in den Auskamm. So. Was fehlt mir noch? Mir fehlt definitiv noch ein Mia. Das ist das, was ich als erstes erledigen sollte. Das nächste ist dann quasi 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 oder was ist? Oh je. Soll ich hier jetzt auf Gegner warten eigentlich? Oder soll ich hoffen, dass hier irgendwo anders... Ich hab da noch einen großen Schlüssel vor mir, der hat gerade einen. So, jetzt können wir ja mal ausprobieren. Ob diese anderen Ziele optional sind? Ich befürchte nicht. Aber man weiß ja nie. Vielleicht wurde einfach nur vergessen, das Ziel hinzuschreiben. Nein. Das ist auch optimal. Um nicht zu sagen, sup. Was sagt meine Karte? Meine Karte sagt, nach rechts gibt's noch ein Mia, nach links gibt's noch Mias, nach oben gibt's noch Mias. Ähm, eigentlich will ich aber keine Mias, sondern blaue Gegenstände. Die gibt's auch in jede Richtung. Die gibt's sogar nach unten. Das heißt, ich guck vielleicht mal unten. Gibt's da nicht sogar hier einen? Ja. So. Da war ich schon über. So, es ist schon wieder eine Zeit. Ich weiß nicht mehr genau, wie's weitergeht. Oder wie's weitergehen soll. Wir haben eine Viertelstunde voll. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Und hoffe, ihr behehrt mich bald wieder. Kostet Gesundheit und gibt keine. Wunderbar. Und aus diesem Grund verabschiede ich mich von euch für heute. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.